Hi, ich bin eine der Neuen der CDU Arnsberg und wenn Sie möchten, sehen wir uns demnächst öfter. Mein Name ist Chantal Debus, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Mitarbeiterin der Kreisverwaltung des Hoch-Sauerland-Kreises. Seit ungefähr drei Jahren beteilige ich mich aktiv am politischen Geschehen in Arnsberg. In dieser Zeit habe ich unglaublich viele Menschen kennengelernt und mein Wissen stets erweitert. Mein Netzwerk und mein dazugewonnenes Wissen möchte ich nun für Sie im Rat der Stadt Arnsberg einsetzen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander aufbauen können, damit ich Ihre Wünsche, Anregungen, Sorgen, aber auch Kritik in den Rat der Stadt Arnsberg tragen kann. Schauen Sie sich bitte nicht, mich anzurufen oder mir eine E-Mail zu schreiben. Ich möchte wirklich wissen, was Sie bewegt. Schauen Sie sich bitte nicht.